Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir, Mathis. Ja, tschüss. In diesem Video rede ich so, was in den letzten Tagen so passiert ist, als ich nicht auf YouTube war. Ja, also ich habe kein Video in den letzten Wochen, Tagen hochgeladen. Auf jeden Fall kommen vielleicht jetzt mehr Videos. Da muss ich noch gucken, ob ich das schaffe. Ja, und vor einer Woche so, seit Februar schon, hat mein Vater mich beim HV Kids Club angemeldet. Und das ist vor einer Woche angekommen. Ich habe jetzt einen Haas. Ich habe alle Unterschriften. So, ich kann hier mal hier zeigen. Hier ist auch ein Brief, also einmal hier, alle Unterschriften. Und hier ist auch ein Brief, den ich vorlesen werde, aber nicht wundern, ich kann mich so gut lesen. Also, falls ich manchmal auch ein bisschen stotteren habe. Ja, und hier habe ich auch noch... Also, ich habe auch noch ein T-Shirt bekommen und eine HSV-Karte. So, breiten wir das hier mal aus. Aber hier ein Bild. Und hier halt eben, ich dachte, ich werde jetzt ganz viel mehr noch drauf. Ja, ich muss das kurz ganz sorgfältig fallen können. Na, scheiße. Auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Karte bekommen. Hier, da könnt ihr mal drauf gucken. Okay. Also, hier steht halt eben mein Name. Abteilung, Förderende, Förderende, Mitglied, Kids Club. Mitgliedsnummer 3232, das sage ich mal nicht. Mitglied seit 1.03.2017. Also, ja, vor Vater. Und hier haben die einen Fehler gemacht. Warte. Ja, da. Geburtsdatum. Ich habe noch nicht Geburtsdatum. Ja. Und deswegen kriege ich noch eine neue Varte. Ja. Ja. Jetzt löfe ich mal den Brief hier vor. Hallo, Matthias. Äh, Entschuldigung, davor steht noch. Herzlich willkommen im HV Kids Club. Hallo, Matthias. Ich möchte dich herzlich als Mitglied im HV Kids Club begrüßen. Und dir viel Spaß mit unserem Verein wünschen. Punkt. Ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, Mitglied beim HSV und speziell im Kids Club zu werden. Heute erhältst du dir mein Willkommens-Paket. Der Kids-Club hat deinen eigenen Platz auf der Website des HSV unter www.hsv.de-kids. Jetzt bist du immer auf dem neuesten Stand, was den HSV-Kids-Club, also die HSV-Fußballschule und alle Kids-Angebote des HSV betrifft, was dich über hinaus für Besonderes freuen wird. Als Neu-Mitgliedalter von 5 bis 10 Jahren kannst du dich für unseren Rautenbande bewerben. Da habe ich mich ein bisschen versprochen und mit etwas Glück gemeinsam mit den Bundesliga-Profis ins Stadion einlaufen. Da will ich unbedingt dabei sein. Ja. Ähm, das lese ich mal im anderen Video vor. Und dann habe ich auch noch ein T-Shirt bekommen, das ja viel zu groß war. Ja. Ähm, und dann auch noch ein Pick-Up. Lecker, lecker! Ähm, ja. Ich hatte mich sehr gefreut, weil ich habe jeden Tag gefreut, Papa, 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 Papa. Dann kommt mir το HV Kids Club Willkommens-Paket. Ja, und dann ist es angekommen und ich habe mich gefreut. Juiuiui. Jupp. Ähm. Jetzt erzähle ich ein bisschen weiter. Ähm, ich habe mit einem Freund die Jelly Beans Challenge gemacht. Ja, wir haben alles aufgenommen. Wir haben es, glaube ich, nur noch auf YouTube hochgeladen. Aber, ja, Rony Bunsen sind so eklig, außer Zahnpasta und drei Fotos, das ist eigentlich egal, was man bekommt, oder Gras oder Lamin. Das ekligste ist, wo man kotzen muss, faules Ei oder Popcorn. Mhh, lecker! Ich hatte zwei Fotos Ei und die Popcorn. Ja. Es gibt dann auch noch Stänkelsocke oder Tutti Frutti. Dreimal Stänkelsocke, fünfmal Tutti Frutti. Und das zweite Ekligste ist... Hundefutter! Oder Schokoporn. Wenn man Hundefutter hat... Es bleibt im... Also... Im Mund drin der Geschmack. Der bleibt da einfach drin! Oder... Oder... halt eben... auch... Nasenpupel. Ja. Das... Drei... 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 Tarnlose ist... Bibi Winde oder... Guck, es muss keine vollgeschitten werden. So ein Pupel! Hätte ich schon gemacht. Ja. Oh... Das... Warte... Habe ich... Habe ich noch was? So... Ich... Und dies da hin... Psssssss... Ja! Das war's mit dem Video... Von heute. Ich werde auch vielleicht noch ein Video machen. Weil wir waren beim Fotostudium. Und da werde ich... halt eben... Habe ich auch einzelne Bilder von mir. Und da werde ich halt eben auch welche hier auf YouTube laden. Ja! Und das war's erstmal für den... Wie... Also für das Video. So! Mal sehen, ob ihr das könnt... Lesen. Ich muss nur meine Hände befragen, was das bedeutet. Ich schreib's euch denn... Nö, ich schreib's euch doch nicht. proceeding. Ich schreib's... W pilf währenddessen. Ja. Das war's mit dem Video. Haut rein. Tja! Tjaap! Bis zum nächsten Mal.